Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video und damit auch einen guten Start allen in die neue Woche. Hoffentlich wird die besser als letzte Woche. Letzte Woche war wirklich, und ich sag's nochmal, absolut beschissen, glaube ich, für viele, auch für mich. Trades war nicht wirklich Bombe, dafür jetzt den ersten Intake-Profit gelaufen, das ist schon mal gut. Wie es jetzt die Woche weitergeht oder was wir jetzt als nächstes erwarten können, das schauen wir uns auf jeden Fall letztem Video an. Doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, kommt gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen und Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Gut, und noch ein kleiner Reminder, ich habe ja gestern noch zwei Videos hochgeladen. Einerseits diesen Renegade-Presale, bitte nochmal dringliche Warnung, investiert nur das, was ihr bereit seid zu verlieren. Und wenn Unsicherheit besteht, investiert gar nicht. Ich wurde nicht für das Video bezahlt, möchte ich nochmal betonen. Und dann das Ende der Beginner-Guide-Reihe mit dein erster erfolgreiche Trade, gerne nochmal anschauen. Und damit würde ich jetzt auch sagen, genug Eigenwerbung, wir starten durch. Durch momentan 16.750. Wir haben sehr, sehr wenig Bewegung jetzt die letzten Tage gehabt, auch über das Wochenende. Wir machen mal meinen Lieblingsindikator dazu an, und zwar Traders Reality. Kurzer Blick einfach mal hier rein, wir befinden uns weiterhin in dieser Psy-Range. Wenig Änderung, sehen aber so langsam die Bildung eines doppelten Bodens. Das ist schon mal Step 1 für den Montag, Bildung eines doppelten Bodens. Und dann auch ein impulsives Breakout. Das haben wir eben momentan nicht geschafft. Wir hatten hier nochmal eine Stopping-Volume. Der erste Take-Profit von unserem Trade lag bei ungefähr 16.800 US-Dollar. Hatte den Aspekt. Wir haben hier drüben so eine kleine 1-Stunden-Supply. Das ist diese grüne Box. Deswegen immer ein bisschen davor. Take-Profit nehmen, einfach um hier nicht vorher vielleicht schon eine Trendwende zu kriegen. Hat jetzt hier perfekt funktioniert. Also Stop-Loss-Entry. Take-Profit 1 wurde ausgelöst. Doch wie geht es jetzt weiter? Wichtig ist das erste Mal, wir sind über ein Daily Open. Den vielleicht nochmal bestätigen bei 16.730. Wäre nochmal ganz gut. Sollten wir den bestätigen, wir machen den jetzt mal wieder aus, wäre auf jeden Fall das Ziel bei ungefähr 17.300, 17.400 US-Dollar. Warum? Auch hier oben haben wir eine Supply-Zone, eine 4-Stunden, eine 1-Stunden. Und dieser übergeordnete oder dieses übergeordnete Hoch von dieser Range, wo wir uns jetzt auch schon seit Wochen drinnen befinden. Gleichzeitig können wir mal noch ein Swip-Level dazunehmen. Einfach nochmal zur Unterstützung. Ob wir hier ein bisschen gleiche Wahrscheinlichkeiten sehen, würde einerseits passen hier mit dem 0.382 oder 0.5er hier oben mit dieser Supply-Zone. Und wir haben noch eine Ineffizienz genau am Golden Pocket bei ungefähr 17.700 US-Dollar. Heißt, Take-Profit 2 würde ich auf jeden Fall in die Region um 17.230 legen. Hat den Aspekt, wie gesagt, 0.382 auf die Bonacci-Retracement-Level. Hier nochmal diese kleine Ineffizienz, die ich euch jetzt hier gleich nochmal einzeichne, damit ihr das seht. Und dann eben hier oben haben wir dann das 0.5er. Da können wir dann auch nochmal überlegen, ob wir nochmal Take-Profit 3 setzen. Aber momentan passt es erst einmal. Wir sind jetzt komplett abgesichert. Müssen uns keine Gedanken machen. Vom RSI her haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ich bin auch ehrlich gesagt sogar ein bisschen zuversichert, dass es nach oben geht. Weil wir laut Kingfisher-Chart, das hat Ricky heute früh in die Telegram-Gruppe gemacht, gepostet, dort Richtung 18k deutlich, deutlich mehr zu holen haben als nach unten. Heißt es aber nicht, für mich ist weiterhin eher so die wahrscheinliche Situation, wir laufen hier mindestens die 17.5 an, wenn nicht sogar 17.6, 17.7 und gehen dann nochmal tiefer. Das sind so momentan die Level, die es zu beachten gilt. Wie gesagt, Trade läuft erstmal, wir sind abgesichert. Aber trotzdem so ganz traue ich dem noch nicht. Und für mich ist auch noch ein Lower Low auf jeden Fall in Sicht, solange wir hier unten noch diese 15.800 Vector-Candle noch haben. Die macht mich immer noch ein bisschen narrisch, sage ich jetzt mal die letzten Wochen. Die möchte ich unbedingt noch abgeholt haben, bevor wir hier überhaupt mal an ein Breakout denken können. So, dann habe ich ja gestern noch dazu gesagt, Daily-Chart sollten wir im Blick behalten. Wir hatten leider nicht wirklich das Bullischste, also den Bullischsten Daily-Close. Wir haben ja darüber gesprochen gestern, die 16.800 US-Dollar, das wäre eigentlich so eine Marke, wo es zu halten gilt, das war jetzt ein bisschen weiter oben, aber hier. Wir haben es nämlich nicht geschafft, hier über dieses Hoch drüber zu kommen, beziehungsweise hier über diese Schlusskurse auch nicht. Das waren die 16.750, aber auch über diesen letzten Wick hier bei 16.870 auch nicht. Also erstmal ein Bearisher, Daily-Close, also nicht wirklich Bullisch, um das zu sagen. Wir halten weiterhin den Trend, wir bilden übergeordnet, wenn wir jetzt dieses Tief nehmen, weiteren höhere Tiefs. Aber trotzdem, Daily-Close war nicht Bullisch, es gilt jetzt erst einmal Level für Level abzuhaken, bis wir dann wirklich mal in die Region um 17.700 US-Dollar kommen, um überhaupt mal zu wissen, wo stehen wir jetzt gerade, war das nur ein korrektives Hoch, wovon ich momentan ausgehe, weil ihr habt ja im Wochenausblick bestimmt gesehen, SPX, Dow Jones und so, überall so die Annäherung von Doppeltop, starker DXY, also wir müssen hier extrem, extrem vorsichtig sein. Deswegen versuche ich auch alle Trades die Woche, die ich dann posten werde, auf jeden Fall relativ schnell Stop-Loss-Entry zu machen, damit wir hier einfach kein Risiko eingehen. Weil nach der letzten Woche weiß man nie so recht, klar, wir haben nach oben deutlich, deutlich mehr zu fischen, auch bei den Altcoins, trotzdem, Sicherheit geht in der momentanen Phase, bin ich einfach ein bisschen vor und da habe ich auch ein bisschen Verantwortung euch gegenüber, wenn ich hier irgendwelche Trades oder sonstiges poste. Gut, das war es eigentlich so zu Bitcoin, gibt wenig zu sagen, blicken wir doch gleich mal auf Ethereum, auch hier, wir haben ja gestern hier angedeutet, okay, so ein, ich sage jetzt mal, Abtrendkanal oder Rising Reg wurde da nach unten hin verlassen, aber wie gesagt, Pattern traden wir hier nicht, ist einfach immer nur so ein bisschen so, ein bisschen so Logik reinzubekommen, wie tradet vielleicht die Masse, wir sind dann nach oben hin, sage ich mal, ausgebrochen wieder, aber konsolidieren jetzt hier weiterhin um das Golden Pocket. Das Golden Pocket, das war ja auch hier so ein Ding, wo man gesagt hat, okay, hier kann man einen Long Trade eingehen. Persönlich bin ich noch nicht drin, warte ich einfach noch ein bisschen, aber auch hier sehen wir erst einmal so ein bisschen die Seitwärtsphase. Wir haben die meisten Widerstände momentan hier oben noch, bis in den Bereich der 1.217, dort liegt eine 1-Stunden-4-Stunden-Supply und wenn wir uns das Golden Pocket noch dazu nehmen, seht ihr auch hier oben die 1.270, das ist so dieses übergeordnete Ziel, was ich momentan so ein bisschen vor Augen habe. Aber wie gesagt, vorher gilt es erst einmal 0.236er bei 1.200 US-Dollar, wirklich mal ein Close drüber zu sehen, weil wenn wir hier ein bisschen reinzoomen, seht ihr auch, wir haben hier immer diese Wigs nach oben, also das heißt, hier oben liegt eine Menge Short-Liquidität. Sobald wir hier wirklich mal über die 1.195 US-Dollar drüber kommen, wo auch gleichzeitig noch eine Supply liegt, könnte es relativ flott Richtung 1.200 US-Dollar kommen, das heißt, wir möchten hier eigentlich ein schönes Breakout drüber haben, nochmal die Bestätigung vielleicht hier in der Region und dann ein impulsives Breakout, sage ich mal, da oben, um die Ineffizienzen zu füllen. Würde dann mit Bitcoin ungefähr übereinstimmen, 17.7, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wo das Golden Pocket liegt, haben wir hier das gleiche Szenario. 1-Stunden-Supply, 4-Stunden-Supply, Ineffizienz, alles hier oben in der Region um 1.270 US-Dollar, kommt schon viel zusammen und die Zone würde ich auch gerne wieder abholen. Gut, damit Ethereum, jetzt nochmal ganz kurz der Blick zu XRP, denn darüber haben wir ja am Freitag drüber gesprochen, habe ich euch ja eingezeichnet, hier dieses Descending Triangle, ist perfekt abgeholt worden, wir haben über das Ziel gesprochen, ist eigentlich das 0.786, 0.3370, Long Order wurde auch hier erster Mal abgeholt, also gutes, sage ich mal, Preisziel gehabt. Da hat man zum Beispiel wieder gesehen, okay, Pattern, manchmal doch ein bisschen effektiver, trotzdem, ich trade keine Pattern. Für mich war eher so das Long-Szenario unten, diese grüne Box, 0.786er, Preisziel vom Pattern, passt momentan ganz gut, jetzt brauchen wir halt hier eben diesen impulsiven Move. Was mir ein bisschen Hoffnung gibt, einerseits 1-Stunden-Chart, Bullish Divergence, wir blicken mal ganz kurz auf den 4-Stunden-Chart, wie es da aussieht, relativ gleiches Spiel, auch hier Bullish Divergence auf den 4-Stunden-Chart. Sollte die ausspielen, wäre auf jeden Fall das erste Ziel hier oben, die 0.37, hier ist die Ineffizienz Nummer 1, Nummer 2 liegt bei ungefähr 37.60, also zwei Ineffizienzen, die wir im Blick behalten sollten, plus 4 Stunden Supply, plus, jetzt gucken wir nochmal gleich, Golden Pocket Check dagegen, also mit dem FIP-Level, würde es auch sehr, sehr gut übereinstimmen, hier oben die 0.37er-Marke. Das wäre dann auch so mein Take-Profit 3 hier oben, aber da kann ich dann nochmal Updates in der Telegram-Gruppe geben, bin ich sowieso momentan sehr, sehr aktiv, also gerne natürlich joinen in die Telegram-Talk- und Signalgruppe, wenn ihr keine Trades mehr verpassen wollt oder sonstiges. Gut, damit würde ich sagen, beenden wir das Video schon, weil viel gibt es momentan nicht, ich würde Altcoins lieber ein bisschen mal ein bisschen beiseite lassen, konzentriert euch auf die großen Bitcoin, Ethereum, XRP, deswegen bewusst ein bisschen die Altcoins jetzt erstmal beiseite lassen, morgen oder übermorgen dann vielleicht ein bisschen mehr. Ja, dann noch ganz kurz zu den News, BaFin, Chef will Kryptowährungen hart regulieren, ja die sollen erstmal die, was war es, Warburg Bank und Wirecard und so, das sollen sie erstmal kontrollieren, bevor sie, oder regulieren, bevor sie hier die ganzen Bitcoin wieder dumm hinmachen. Meine persönliche Meinung dazu, lest euch den Artikel gerne bei CryptoGuru durch, wenn nicht, der Link ist in der Telegram-Gruppe auch mit drin und dann war es das von meiner Seite, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir hören uns dann morgen früh zu einem Update wieder und, kommt heute noch, ne, ich glaube morgen kommt dann auch das Vektor-Candles, also Traders-Reality-Video kommt dann auch noch online. Gut, das war es von mir, wir hören uns morgen früh wieder, bis dahin, ciao, ciao und stay crypto.